In der georgischen Hauptstadt Tiflis haben zehntausende Menschen für eine baldige EU-Mitgliedschaft des Landes demonstriert. Die rund 60.000 Teilnehmer der Kundgebung schwenkten bei dem Marsch für Europa EU-Flaggen. Wir wollen nicht Sklaven eines Oligarchen sein. Kein Oligarch in keinem Land hat etwas Gutes getan oder das Land aufgebaut. Wir wollen uns Europa anschließen für die Zukunft unserer Kinder. Diese Kundgebung ist eine Demonstration unserer Einheit und Stärke. Wir wollen unsere gemeinsame Überzeugung demonstrieren und heute hier sagen, dass wir Teil der europäischen Familie sind. Die Europäische Kommission hatte vor wenigen Tagen empfohlen, der Ukraine und dem Nachbarland Moldau den EU-Kandidatenstatus zu verleihen. Für Georgien empfahl EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lediglich eine europäische Perspektive. Initiatoren der Demonstration in Tiflis waren die führenden demokratischen Gruppen. Die EU-Kommission will Ende des Jahres ihre Entscheidung zum Aufnahmeantrag Georgiens überprüfen. Die Georgische Regierungspartei Georgischer Traum hatte die Ansicht vertreten, das Land schneide in jeder messbaren Hinsicht besser ab als die Ukraine und Moldau.